So, da sind wir wieder. Genau, ich gucke gerade noch das Video einmal raus. Ich glaube, das ist von die da oben. Genau, von die da oben. Und zwar wollten wir einmal nach Österreich schauen. Die eine oder andere Weise in Schutz ist ein Teil des Lebensgeschehen. Danke, das ist eine Wirkung. Wir haben keinen Infektionsgeschehen. Danke, das ist ein Teil des Lebensgeschehen. Vielen Dank. Der Ton hast du immer wieder weggemacht. Der Ton ist immer wieder weg, genau. Im Endeffekt starten wir einfach rein. Wir starten einfach rein, genau. In die erste Überreaktion, alles für alle. Ich weiß nicht, von dir war der Wunsch auch dieser coolen neuen Idee für Reaktionsbeschreibungen als Titel. Guck mal rein, was bei der KPÖ geht. Leute, woran denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Kommunismus hört? Vielleicht an den Geschichtsunterricht, an Stalin, die Sowjetunion oder die DDR? Ich denke mir dabei vor allem, das ist alles lang, lang vorbei. Kommunistische Parteien haben in Deutschland heutzutage so gar nichts mehr zu sagen. Es gibt zwar noch die eine oder andere Kleinpartei, wie die DKP oder die MLPD. Die erreichen aber nie mehr als 0, irgendwas Prozent der Stimmen. Hat der Markt anscheinend weggeregelt. Sorry Marx, sorry Engels. Aber dann habe ich neulich aus Österreich diese Nachricht gesehen. Linksruck in Salzburg. Kommunist zieht in Stichwahl um Bürgermeisterposten. Oder die hier. Graz wird kommunistisch. Und noch eine. KPÖ erobert bei Salzburg Wahl Landtagssitze in zweitem Bundesland. Was ist denn da los? Die KPÖ, das ist übrigens die Kommunistische Partei Österreichs. Und die feiert gerade ein Erfolg nach dem anderen. Seit 2021 stellt die KPÖ in Graz, der zweitgrößten Stadt in Österreich, die Bürgermeisterin. Die hat fast 29 Prozent der Stimmen geholt. 2023 holte sie bei den Landtagswahlen im Bundesland Salzburg ganze 11,7 Prozent. Also finde ich auch, um das direkt vorweg zu sagen, einfach erstmal krass. Also wenn man das sich einfach so anguckt, ist das für unseren Bereich, dass halt eine Partei, die halt Kommunismus im Namen hat, solche Ergebnisse erzielt. Erstmal, wenn man da jetzt gar nicht sich mit aufsinnert, denkt man sich so, wow, was zur Hölle, wie kann das überhaupt sein? So aus dem Nichts auch gefühlt. Ja, das stimmt natürlich. Also gerade, wenn man das jetzt, sagen wir mal, wenn man den deutschen Konterpart dann in der DKP oder in der MLPD sieht. Aber ich denke mal, da werden wir gleich natürlich auch noch in dem Video darauf eingehen, dass das jetzt häufig gar nicht mal so viel an den tatsächlichen Inhalten beziehungsweise an der sozialistischen Überzeugung bei den Salzburger und Grazer Bürgern liegt. Gerade erst hat die KPÖ bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg krass abgeschnitten. Ihr Kandidat hat der ganze 28 Prozent der Stimmen geholt und schaltete erst in der Stichwahl. Viele Österreicherinnen und Österreicher feiern die Partei total ab und im Herbst wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Da will die KPÖ natürlich auch rein. Kommt in Österreich jetzt echt der Kommunismus zurück? Ist das die Antwort auf den Rechtsruck, wie manche sagen? Und wie viel Kommunismus steckt überhaupt in der Partei? Wir haben uns diesen krassen Aufstieg näher angeschaut. Los geht's. Um zu verstehen, was die KPÖ so erfolgreich macht, müssen wir an den Anfang der Erfolgswelle springen. Genauer gesagt zum 26. September 2021. Die Politik-Nerds unter euch wissen, an dem Tag gewinnt Olaf Scholz die Bundestagswahl in Deutschland. Im Nachbarland Österreich gewinnt aber diese Frau. Elke K. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. Aber die Kommunistin holt bei der Kommunalwahl in Graz einfach mal 28,8% und wird Bürgermeisterin. Sie ist eines der zwei Gesichter, die für den Erfolg der KPÖ stehen. Das andere ist seins hier. Kai Michael Dankl. Mit nur 34 Jahren führt er die KPÖ bei den Landtagswahlen im Land Salzburg 2023 zu einem wahnsinnigen Erfolg. Mit ihm als Spitzenkandidaten sind die Kommunisten, in Salzburg unterstützt vom linken Wählerbündnis Plus, als KPÖ Plus angetreten. Und angeführt von Dankl holten sie da ganze 11,7%. Bei der Wahl davor gab es nicht mal ein halbes Prozent. Und genau dieser Dankl hat vor wenigen Wochen so richtig dick abgeräumt. Bei der Salzburger Gemeinderatswahl ist er mit 23,1% auf den zweiten Platz geschossen. Und dann gab es zeitgleich noch die Bürgermeisterwahl in Salzburg. Da hat Dankl dann quasi aus dem Nichts 28% der Stimmen geholt. Und am Ende war nur der sozialdemokratische Kandidat in der Stichwahl stärker. Und jetzt hat Salzburg einfach einen kommunistischen Vizebürgermeister. In zwei der vier größten Städte Österreichs haben jetzt also Kommunisten was zu sagen. Im Vergleich wäre das bei uns Hamburg und Köln. Aber warum? Wollen so viele Österreicherinnen und Österreicher den Kommunismus zurück? Natürlich haben politische Entwicklungen immer viele verschiedene Ursachen. Aber wir haben mal vier Elemente herausgearbeitet, die entscheidend zum Erfolg der KPÖ beigetragen haben. Erstens die Sache mit der Kommunalpolitik. Besonders auf lokaler Ebene kann man sehr genau Themen ansprechen, die Menschen in einer Stadt oder einem Bezirk besonders beschäftigen. Und sich auf einzelne, besonders wichtige Themengebiete fokussieren. Und das hat die KPÖ sehr erfolgreich getan. Die Kommunisten setzten bei der Graz-Wahl und noch mehr in Salzburg brutal auf das Thema Wohnen. Sie haben bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensschichten und einen harten Kurs gegen Zweckentfremdung und Spekulation gefordert. Auch gegen Airbnb und Co. Sie haben eine Liste mit 69 verschiedenen Maßnahmen aufgestellt, die gegen Wohnungsnot umgesetzt werden sollen. In einer der teuersten Städte Österreichs hat das Thema gezogen. Bei der Wahl in Salzburg war die KPÖ damit so hartnäckig, dass das Thema eines der wichtigsten im gesamten Wahlkampf geworden ist. Das passt ja auch ganz gut zu dem, was wir am Anfang schon besprochen haben. Und das kann man ja auch direkt festhalten. In Großstädten funktioniert das Thema Wohnen eigentlich auch immer. Wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Massenbewegungen zu dem Thema gesehen, auch hier in Deutschland. Und da ist es ja auch total naheliegend. Und auch, wie wir gesehen haben, diese ganze Haltung anti-Airbnb in den Regionen, die natürlich massiv von Airbnb-Wohnungen und damit dann auch einem angespannten Wohnungsmarkt betroffen sind, das funktioniert einfach. Ich war letztens in Oberhausen. Und da gibt es eine so relativ starke Linkspartei, glaube ich. Also sie haben halt ein recht gutes, aussehendes Büro und ist sehr bahnhofsnah. Und auch wirklich die Partei ist so leicht wahrnehmbar auch in der Stadt. Also nicht so krass oder so, aber da hatten die halt auch dann zum Beispiel an so mehrere Leerstände, die es halt gab in der Stadt, hatten die dann so Plakate dran gemacht. So hier Linkspartei und dann halt irgendwie, ja wir brauchen halt hier Wohnraum, wir brauchen halt irgendwie die Fläche zum Leben, bla bla bla. Und das war schon relativ auffällig, fand ich, obwohl das jetzt halt nur so ein paar Plakate waren. Und ich denke auch, so wenn halt eine linke Partei da jetzt halt das wirklich einfach nur dieses Thema und das wird ja die KPÖ dann ja gemacht haben, dass sie sich wirklich auf der lokalen Ebene fast nur auf dieses Thema nur noch fokussiert hat und das halt so zum absoluten Zentrum gemacht hat, dann kannst du damit halt auch auf jeden Fall halt, wenn du das vernünftig machst, und du das halt über verschiedene Wege halt schaffst, dann auch deine Position so darzustellen, kannst du auf jeden Fall da was erreichen. Das hat ja offensichtlich funktioniert darüber. Vor allem in der Stadt, die nicht wie Oberhausen ist, wo die Leute hinziehen wollen. Ja, genau. Klar, Oberhausen ist natürlich, ja, Oberhausen ist Oberhausen. Der zweite Faktor des Erfolgs ist die Bürgernähe und besonders der Fokus auf finanziell schlechter gestellte Menschen. Die KPÖ bietet in mehreren Städten Bürgersprechstunden an, in denen sie als direkte Anlaufstation für hilfesuchende Menschen fungiert. Sei es bei Schulden oder bei Mietproblemen, die Menschen haben einen direkten Zugang zur Politik. Finanziert wird das unter anderem durch das Gehalt der KPÖ-Funktionäre. Die spenden nämlich einen großen Teil des eigenen Gehalts. In der Partei gilt, es wird selbst nicht mehr behalten als ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn. Das sind circa 2200 bis 2300 Euro netto. Der Rest wird gespendet. Das gilt für alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Und das gilt für alle Mandatsträger. Das ist natürlich perfekt, perfekte Propaganda eigentlich gegen so das klassische Bild vom Politiker. Also ich weiß noch, das ging damals echt ziemlich viral. Ich bin mir gerade nichtmals mehr hundertprozentig sicher, ob es der Präsident von Uruguay oder Paraguay war. Zwei Länder, die man sicherlich sehr einfach durcheinander bringen kann, wenn man nicht so gut mit Lateinamerika vertraut ist. Jetzt habe ich auch mal einen Moment wie du gehabt. Schön, ne? Aber da ist das ja auch viral gegangen, weil dann der Präsident eben ein recht schmales Gehalt, ein Durchschnittsgehalt eigentlich von den Arbeitern im Land übernommen hat. Und hier natürlich, wenn die Leute dann auch sagen, ja, ich möchte nicht mehr als den durchschnittlichen Facharbeiterlohn verdienen. Das kommt halt einfach super an, weil das ist ja auf eine populistische Art und Weise perfekt, wie man sich darstellt als ich bin einer von euch. So, weil es gibt so eine starke Haltung in der Bevölkerung gegen eben die Diätenerhöhung. Das ist, glaube ich, was wir auch in der Folge zur AfD angesprochen haben, wie die sich das auch mit dem Programm vorstellen, dass sie eben sagen, ey, wir sind hier eigentlich gegen die Erhöhung von den Gehältern von Politikern. Und natürlich kann man das auch, wird das hier eigentlich noch auf eine viel radikalere Art und Weise umgesetzt und wirklich gezeigt, wir leben nach den moralischen Ansprüchen, die wir an die Gesellschaft formulieren. Und dass das dann auch noch aktiv in sozialarbeiterische Tätigkeiten, in so Beratungssachen fließt, ey, das ist natürlich ein riesiger, riesiger Win in der Außendarstellung. Es ist auch irgendwie wild, dass, ich glaube, das haben auch viele, viele so andere linke populistische Kräfte, auch speziell in Deutschland, halt dann einfach nicht verstanden. Also, dass diese Verbindung, was die jetzt halt machen, aus diesem konkreten Materiellen, wo sie sich selber sozusagen schlechter stellen, als sie müssten, und dieser ganz konkreten materiellen Hilfe für die Leute, wo die Leute halt wirklich selber was halt davon haben. Und dass halt nicht nur auf irgendwelchen Plakaten steht und man irgendwelche Sprüche reißt, irgendwelche populistischen Sprüche, sondern Linkspopulismus funktioniert ja eigentlich nur, wenn es halt auch richtig materiell bei den Leuten halt ankommt. Und also ohne, das ist ja jetzt bei der EKPÖ auch nicht so, dass die Leute halt eine Revolution von ihrem Leben erfahren oder so, aber halt, dass sie halt eben wirklich merken, okay, das ist halt nicht nur Gelaber, sondern die machen es halt vor und ich kann auch noch hier zu der Beratung gehen, bekomme halt hier auch noch irgendwie, was weiß ich was davon, bekomme halt eine Unterstützung oder so, selbst wenn es nur geringfügig ist. Ja, das kann man ja auch so ein bisschen sagen, so eine seichte Form von direkter Aktion, die einfach zieht. Und was man hier dann... Naja, also das ist halt begrifflich, glaube ich, kann man, denke ich, nicht sagen. Naja, für parlamentarische Politik eben schon, dass gleichzeitig gesagt wird mit, wir wollen, sagen wir mal, die und die sozialen Problematiken verbessern und wir haben gleichzeitig eben Beratungsangebote, die euch aktiv in den Fällen darin unterstützen und sicherlich auch dann von da ausgehend dann man vielleicht mal eine Kundgebung oder so zu der Thematik macht. Das ist eigentlich genau diese Verbindung von eben, also der Versuch, linke Bewegung mit linker parlamentarischer Kraft zu verbinden, den man ja immer wieder so bei linkspopulistischen Parteien findet, dass sie eben versuchen, von der Straße die Energien zu nutzen, um sie dann in die Partei zu channeln. Nur was man hier gleichzeitig dann jetzt sieht, also auf mich wirkt das auch so in vielen Städten, als würde das jetzt nicht aus einer riesigen Protestbewegung entstanden sein, sondern auch einfach eine strategische Wahl von der Partei selber. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, dass man den Begriff direkter Aktion dann nicht so, glaube ich, nicht so verwenden kann, aber das ist jetzt nur eine semantische Frage gerade gewesen. Das Geld gilt auch für die Aushängeschilder wie die einzige KPÖ-Bürgermeisterin Elke K. Sie behält von ihrem Gehalt nur 2100 Euro. Eigentlich ist es viermal so hoch. Das Geld fließt dann in Sozialberatungsstunden, Mieter-Hotlines, Tierfutterbörsen und Notfallfonds. In Salzburg scheint sich das ausgezahlt zu haben. In der Vergangenheit war die Wahlbeteiligung in finanziell schlechter gestellten Wahlbezirken mit am niedrigsten. Eine Analyse von einem Statistik-Prof der Uni Wien zeigt, dass keine Partei bei dieser Wahl so viele Nichtwählende erreichen konnte wie die KPÖ. Die Partei hat also genau die Leute angesprochen, die die Politik bisher nicht so richtig erreicht hat oder für die die Politik nicht so viel getan hat. Und das schließt nahtlos an den dritten Erfolgsfaktor der KPÖ an. Die Kandidatinnen und Kandidaten. So Leute wie Kai Michael Dankl und Elke K. Sie sind in ihren Wahlkreisen sehr bekannt und kommen bodenständig rüber. Und anders als wenn es oft aus der Politik kennt, treten die Kandidatinnen und Kandidaten der KPÖ selten aggro auf, sondern geben sich eher zurückhaltend und auffallend leise. Dankl selbst sagt, wir bleiben immer höflich. Und das ist wirklich alles sehr nett. Auf Instagram zeigt sich Dankl zum Beispiel als Familienvater, wie hier bei seiner eigenen Stimmabgabe bei der letzten Wahl. Oder hier, er baut Sandburgen und zeigt sich mit den Kleinsten. Falsches Bild. Das zieht. Als vierten Erfolgspunkt muss man aber noch eine Sache nennen, für die die KPÖ nicht unbedingt selbst was getan hat. Sie ist auch Anlaufpunkt für gefrustete Wählerinnen und Wähler, die einer Partei die Stimme geben wollen, die nicht Teil des Establishments ist. Um das zu verstehen, muss man sich ein Bild von der politischen Situation in Österreich machen. Seit Dezember 2022 ist in Österreich laut Umfragen die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft. In einigen Umfragen landet sie sogar bei um die 30%. Sie profitiert von einer hohen Unzufriedenheit mit der Regierungsperformance in der Bevölkerung. In einer gemeinsamen Erhebung der österreichischen Fernsehsender Puls24 und ATV sowie der größten Presseagentur APA von Ende 2023 kam heraus, dass 70% der Befragten unzufrieden mit der österreichischen Regierung sind. Laut verschiedener Erhebungen profitiert davon besonders die FPÖ. Aber auch die KPÖ scheint deshalb jetzt Stimmen einsammeln zu können, besonders im lokalen Bereich. Rein als Protestpartei sollte man die KPÖ aber nicht abtun, sagt der Politologe Matthias Lorenz von der Universität Wien. Ich denke nicht, dass wir das als Protestpartei abtun können. Im Gegenteil. Wir sehen, sehr viele Menschen leiden in Salzburg unter den massiv gestiegenen Mieten. Junge Leute können nicht von zu Hause ausziehen. Leute leben sehr beengt und haben Schwierigkeiten, überhaupt Wohnungen zu finden. Und da ist es total normal, dass eine Partei gewählt wird oder Parteien gewählt werden, die Lösungen anbieten, die Wohnungskrise beispielsweise zu bearbeiten. Und ich glaube, es ist ein normaler demokratischer Prozess, dass Parteien die Forderungen, die aus sozialen Bewegungen kommen, beispielsweise die Forderung nach leistbarem Wohnen hier aufgreifen und damit Politik machen. Zumindest auf regionaler Ebene und Landesebene gibt es Anzeichen, dass die KPÖ zumindest teilweise der FPÖ den Wind aus den Segeln nehmen kann. Selbst FPÖ-Kandidaten haben öffentlich bereits befürchtet, Stimmen an die KPÖ zu verlieren. Im großen Stil ist das aber noch nicht passiert. Also die KPÖ profitiert zusammengefasst in ihren Hochburgen vom Fokus auf soziale Themen, besonders das Thema Wohnen, von ihrer Bürgernähe, von einzelnen beliebten Kandidatinnen und Kandidaten sowie von der allgemeinen politischen Stimmung. Soziale Themen, besonders das Thema Wohnen, von ihrer Bürgernähe, von einzelnen Kandidaten sowie von der allgemeinen politischen Stimmung. Ich wollte das nochmal hier so haben. Ja, ich finde das einfach plausibel. Also für mich wirkt das halt einfach so, dass die KPÖ eine sozialdemokratische, linkspopulistische Politik halt konsequent verfolgt und dass die halt materiell halt ankommt und wo halt die Leute halt einfach so sich bürgernah geben und halt dadurch halt eben entsprechend die Unzufriedenheit aufgreifen können. Das macht total Sinn. Also das zeigt halt einfach nur, dass das halt linke, grundsätzlich linke Positionen, die halt, wenn man sich halt auf soziale Fragen wirklich fokussiert und das halt schafft, das darzustellen und halt nicht gleichzeitig davon spricht, aber selber vor der abgehobenen Bonze halt irgendwie ist, dass es halt funktionieren kann einfach. Ja, vor allem diese besondere Kombination, die jetzt an sich auch eigentlich nichts komplett Neues ist. Also wenn man so in die Geschichte der Sozialdemokratie reinschaut, eigentlich noch bis in die 70er, 80er Jahre, dann war es ja gang und gäbe, dass in vielen Teilen Deutschlands, vor allem da, wo jetzt vielleicht die Kirchen nicht so einen großen Einfluss haben, sozialarbeiterische Tätigkeiten, kulturelles Angebot, Vereinsleben von Gewerkschaft und sozialdemokratischer Partei bestimmt waren. Also beispielsweise, weiß ich auch noch, für meine Oma war das in den Zeiten, als sie noch mehr rausgegangen war, einfach das, was halt gewesen ist. Dann hat die Gewerkschaft was organisiert, dann hat halt die SPD in Bochum was organisiert und das war halt dann so ein bisschen die zwei großen Angebote, die es gab. Oder dann gibt es noch die AWO, die irgendwie Krams machen, wo ich dann zur Kinderbetreuung gegangen bin oder Ausflüge mit denen gemacht habe. Das sind halt die Sachen, die es gibt. Und damit schaffst du dir natürlich auch eine, über die Zeit dann auch beständige Wählerbasis. Also jetzt, so wie es scheint, baut die sich ja gerade auf und viele von diesen, wie man immer so schön sagt, Protestwählern kommen dann rüber. Aber so baust du dir natürlich eine sehr loyale Basis dann auf. Und ich kann mir auch vorstellen mit eben dem Rückgang des Einflusses von Kirche und generell einer größeren Fragmentierung der Gesellschaft und dem Sterben von Vereinsleben, dass eigentlich genau da dann auch wieder so eine linke Partei reinbrechen kann. Also das versuchen natürlich auch rechte Kräfte. Und da genau das wieder auch bieten kann. Und die Sache ist halt die, das ist ja auch irgendwo das, was wir ganz häufig mit anarchistischer Politik versuchen, wieder mehr zu etablieren. Uns geht es ja auch nicht nur darum, eben diesen politischen Ausdruck zu schaffen, sondern uns geht es ja darum, eine gesamte Gegenöffentlichkeit eigentlich zu schaffen. Kulturelles Leben, soziales Leben, sozialarbeiterische Hilfe, aber vor allem auch diese Selbstermächtigung der Menschen. Und ich glaube, was uns dann häufig mangelt, ist eben genau diesen, aus diesen ganzen Sachen dann auch für die Leute nahbaren politischen Ausdruck auf die Straße zu bringen, der auch so wirkt, als wäre er tatsächlich wirkmächtig und als wäre er tatsächlich nachhaltig. Und da ist es dann vielleicht auch sowas, wo so eine KPÖ halt einfach auch einen Vorteil hat, in dem, also natürlich auch ganz viele Problematiken, die von parlamentarischer Politik und notwendige Einhegungen in Herrschaftsstrukturen, aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen von Wirkmächtigkeit. Ein Zeichen von, da kann tatsächlich was passieren. Und das ist ja auch immer dieses ständige Versprechen, was wir im Linkspopulismus haben. Was du geschrieben hast, Nightmare, finde ich auch, also dieser Fokus auf Kommunalpolitik ist interessant, vor allen Dingen, weil dieser Ansatz von der KPÖ ja jetzt nicht der einzige ist, sondern wir haben ja im Konföderalismus, von der kurdischen Bewegung haben wir auch Ähnliches, diesen Fokus auf die Kommunalpolitik. Und dass man in dieser kommunalpolitischen Ebene dann auch, ja, durchaus Kompromisse halt schließt mit halt sonstigen, ja, radikalen Grundformen von linker Politik. Also dass man da halt dann bereit ist, halt einfach da auch so ein Stück weit mitzuziehen. Und wo dann halt auch bei vielen Linken, auch denke ich mir auch bei einigen Anarchistinnen, das so gut ankommt, wo man dann halt sagt, ja, klar, ist ja immer noch Parteien und dies, das und so. Aber auf einer kommunalpolitischen Ebene, da ist doch dann die Gefahr zu korrumpieren und alles wäre doch viel geringer. Also klar, ist auch irgendwo was dran, ist auch irgendwo was dran, aber trotzdem sehe ich halt hier so eine massive Gefahr, dass es halt einfach wieder eine Einhegung natürlich gibt von halt Bewegungen, weil selbst wenn das auf der kommunalen Ebene halt nur stattfindet, passiert diese Einhegung doch genauso. Sie ist halt nicht, sie ist halt vielleicht nicht so stark und die Widersprüche sind halt vielleicht nicht so krass, aber die Grundprämissen sind doch genauso existent. Also die Einhegung passiert, eigentlich kann man das so absolut immer sagen, die Einhegung passiert spätestens da, ab wo die richtig großen Veränderungen angesetzt werden könnten in der Bundespolitik. Das ist eigentlich immer da, wo spätestens dann die Einhegung passiert. Und ganz häufig sehen wir ja auch, selbst wenn die Einhegung dann bei der Bundespolitik passiert, dass sich dann ganz lange radikale Elemente eben an der Basis erhalten in der Kommunalpolitik. Das ist eigentlich so der grundsätzliche Gang einer radikaleren sozialdemokratischen Kraft oder linkspopulistischer Parteien. Dann viel Spaß, Tadi. Ich drücke die Daumen für das Thema, wofür du die Daumen drückst. Gut. Ja, schauen wir weiter. Ich bewege uns mal wieder nach links unten. ...allgemeinen politischen Stimmung. Aber was ihr euch vielleicht auch fragt, vieles davon klingt eher nach bekannter linker und fast schon sozialdemokratischer Politik. Ist das überhaupt Kommunismus? Das Auftreten der KPÖ unterscheidet sich in Graz und Salzburg ziemlich deutlich davon, wie die Partei in anderen Teilen des Landes und auf Bundesebene auftritt. In Graz und Salzburg bricht die KPÖ ihre kommunistischen Visionen herunter auf konkrete sozialpolitische Maßnahmen und zielt nicht auf den großen Systemwechsel ab. Also das, was ich persönlich bei Kommunismus im Kopf habe. Man setzt sich eher für Mietrechtsberatung oder Freibadermäßigung für ärmere Menschen ein. Im Gegensatz dazu fordert die KPÖ auf Bundesebene und in Ländern wie der Steiermark radikalere kommunistische Maßnahmen. Laut dem programmatischen Dokument der KPÖ geht es hier unter anderem um eine Entmachtung der internationalen Konzerne und um die Auflösung aller Armeen. Beispielgefällig? Sie will die Beseitigung der wachsenden ökonomischen und sozialen Unterschiede in Europa und der ganzen Welt durch Entmachtung der internationalen Konzerne, grundlegend demokratische und soziale Umgestaltung der EU und der Wirtschaftsbeziehungen in der Welt erreichen. Die KPÖ im Bundesland Steiermark nimmt auch kein Blatt vor den Mund und schreibt in ihrem Parteiprogramm, die politische Entmachtung der Kapitalistenklasse ist Voraussetzung und Bankenversicherung und Schlüsselbereiche der Wirtschaft gehören in die öffentliche Hand. Das klingt zumindest mehr so, wie man das von radikal linken kommunistischen Parteien kennt. Und auch wenn das hier kein Video über die Geschichte des Kommunismus werden soll, man muss es zumindest kurz thematisieren, Kommunismus steht auch für krasse Verbrechen und viele Millionen Tote auf der ganzen Welt. Und wir wollen sicherlich nicht die KPÖ dafür... Sorry, Leute, ich muss es einfach sagen. Ich muss es einfach nochmal kurz sagen, Leute, deswegen... Sprechen wir ja schließlich über Extremisten. Genau. Jeder Extremist ist Mist. Ich finde wirklich, das ist irgendwie witzig, weil er hat das halt so getan, als wäre wirklich so irgendwie, als würde jetzt so der Chefredakteur halt in den Rücken sitzen und so, ey Bruder, komm, sag das doch nochmal bitte einmal, das kannst du jetzt nicht rauslassen bei dem Thema. Ja, was vielleicht tatsächlich spannender daran ist, ist, dass man dann auch so eine Widersprüchlichkeit nochmal in diesen Programmatiken sieht, die jetzt gerade da gezeigt wurden von den KPÖ-Teilen. Also erstmal finde ich es natürlich interessant, weil in dem einen wird dann eben von internationalen Konzernen gesprochen, die entmachtet werden müssen, was jetzt, glaube ich, erstmal so eine Forderung ist, die man von AfD bis die Linke vielleicht sogar noch bei den Grünen irgendwie so durchbringen könnte. Das sind alle irgendwie so internationale Konzerne. Puh, weiß ich nicht. Irgendwie schon schwierig. Dann ist natürlich immer die Frage, was soll das jetzt bedeuten? Also erstens ist das natürlich eine absolut nichtige Forderung in der globalisierten Welt. Dann kann man natürlich auch die Frage stellen, sind jetzt nationale Konzerne eine gute Geschichte? Ja, nein, wissen wir nicht genau. Und dann haben wir da gegenüber dann dieses, die Kapitalistenklasse muss entmachtet werden. Und da würde ich mich dann doch auch wirklich interessieren, wie genau jetzt dann diese Transformationsstrategie auch von der KPÖ irgendwie ausschaut, wie sich das genau mit ihrer parlamentarischen Politik vorstellen. Und die Frage ist ja, ist das jetzt halt quasi eine Politik, also wie das jetzt in diesem Video dargestellt ist, wirkt es so wie, da haben jetzt einfach so Lokalverbände von der KPÖ so eine sozialdemokratisiertere Politik halt gemacht, aber in ganz vielen anderen Teilen und von den Grundsätzen her sehen das dann halt Leute in der Partei eigentlich anders oder wollen halt eigentlich einen anderen Kurs oder sind halt weitreichenden Gedanken. Dann ist ja jetzt halt die Frage, hat halt die KPÖ dieses sozialdemokratisierte Programm und dass man halt auf reale Probleme so fokussiert ist und so nur in dann einzelnen Städten. Also ich weiß nicht, ob hier aus Österreich da ist, weil wir können das jetzt halt, glaube ich, gerade nicht perfekt beurteilen, weil das wäre ja interessant, wenn das halt so eine sehr diverse Strategien in dieser Partei je nach Ortsgruppe gibt, wäre das halt auch für eine sich selbst als kommunistisch beteiligende Partei sehr wild. Also es wirkt auf jeden Fall so. Es wirkt so ein bisschen so, wie du dann eben diese sehr unterschiedlichen Fraktionen innerhalb von der Partei Die Linke hast. Also so schien, also so hörte sich das zumindest jetzt an, wenn dann eigentlich so in dieser Grundfrage von wen möchte ich jetzt entmachten, internationale Konzerne oder die Kapitalistenklasse, es Unterschiede gibt, wirkt das so. Okay, Mats, du schreibst, dass es echt divers ist, aber dann würde ich halt, ich würde halt jetzt mal behaupten, dass in der Größe, grüß dich, dass in der Größe, wie erfolgreich das jetzt ist, dann muss sich halt dieser Kurs, also wird sich halt dieser Kurs durchsetzen. So, das ist ja keine Frage. Also weil einfach der Erfolg dafür ist halt zu groß. Selbst wenn es halt noch orthodoxere, irgendwelche lenistischen Kräfte darin gibt, dann werden die halt mit der Zeit sich halt irgendwie rausspalten oder rausgehen, weil, wenn das jetzt halt irgendwie nur halb so abgehen würde, aber wenn du halt dann in so einer, wenn du halt die Bürgermeister halt mit den größten Städten in Österreich stellst, dann haben ja diese Leute ja alle Argumente auf ihrer Seite, um dann zu sagen, ja so, ey Leute, wir müssen jetzt hier wirklich Realpolitik machen und können jetzt halt hier nicht mehr irgendwie vom Nenismus und vom Sturz des Kapitalismus sprechen, das geht halt einfach nicht mehr. Wir verantwortlich machen, aber wer bewusst das Wort Kommunismus im Namen trägt, muss sich auch gefallen lassen, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird. Auf der Homepage der KPÖ findet man zumindest eine Rubrik Aufarbeitung der Geschichte, die sich kritisch mit der eigenen Geschichte und den Verbrechen des Kommunismus auseinandersetzt. Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Sensibilität bei diesem Thema und immer wieder kommen auch aus der Partei Aussagen, die zumindest aufhorchen lassen. Auch die Grazer Bürgermeisterin K. ist mehrfach durch Aussagen aufgefallen, die kommunistische Regime und ihre Nachfolger auf die ein oder andere Weise in Schutz nehmen. Sanktionen gegen Russland seien nicht zielführend und China habe immerhin kein anderes Land überfallen und es geschafft, einem großen Teil seiner Bevölkerung relativen Wohlstand zu verschaffen. Oh mein Gott, was sagt sie? Das ist ja unfassbar. Also die muss ja eine stalinistische Massenmörderin eigentlich sein. Was kannst du nochmal aussagen? Was ist das? Ich sehe auch irgendwie den Zusammenhang jetzt zu dem Kommunismus-Thema einfach nicht. Also würde ich jetzt das beispielsweise sagen zu Kuba oder Laos. Na gut, so viel Nordkorea, so viel anderes gibt es ja jetzt auch nicht mehr heutzutage. Damit könnte ich ja verstehen, wenn man dann irgendwie hier so ein Argument rausstricken will von Ah, nimmt sie vielleicht überbleibsel realsozialistischer Staaten jetzt hier in den Schutz, die immer noch irgendeine Art und Weise von Planwirtschaft betreiben. Aber nee, ja, Sanktionen gegen Russland. Auf der Homepage der KPÖ steht zum Punkt Kommunismus, wir heißen kommunistische Partei, weil wir ein gutes Leben für alle als grundlegende Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem anstreben. Deshalb lehnt die Partei auch eine Umbenennung ab. Aber wie geht es für die Partei jetzt weiter? Die KPÖ befindet sich im Aufwind, kann diverse Wahlerfolge auf kommunaler Ebene und Landesebene für sich verbuchen. Wie sieht es denn auf Bundesebene aus? Kann sie da ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben? Eins zu eins wird sie ihren Erfolg ziemlich sicher nicht übertragen können. Das liegt besonders an zwei Faktoren. Zum einen, die Gesichter für den Wahlkampf auf Bundesebene sind zu unbekannt. Im Vergleich zu Grazer Bürgermeisterin K. und Dankl in Salzburg kennt kaum jemand den Spitzenkandidaten Tobias Schweiger und die Spitzenkandidatin Bettina Prochaska. Prominenz für Kleinparteien besonders auf Bundesebene alles. Das sieht man bei einer anderen Kleinpartei in Österreich, die gerade für Aufsehen sorgt. Die Bierpartei um Dominik Vlasny steht in den Umfragen gerade landesweit bei bis zu 8%. Bitte was? Also österreichische Politik geht echt an einem so vorbei hier in Deutschland. Ist zur Hölle. Er ist halt... Also erstens wollen die einfach nur auf ihr Video dazu, glaube ich, verlinken. Und das Zweite ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen... Das ist halt deren Version von der Partei, die Partei von Sonneborn. Ja, also ich meine, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, der Typ... Ich habe das mal irgendwann so in einem Artikel, glaube ich, gelesen. Also ich glaube, der Typ kommt irgendwie aus einer Punkband oder so und hat da über Bier gesungen und hat dann halt so eine Partei... Bierpartei gemacht und das ist eine Mischung aus Meme und ich glaube, so... Auch wieder so leicht sozialdemokratischer Politik. Ja, genau, Leidmeer. Ihr Erfolgsrezept? Ein Spitzenkandidat, der Satire und politische Inhalte stark verknüpfen kann und mittlerweile im ganzen Land bekannt ist. Zur Bierpartei haben wir übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht. Hier klicken, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Das zweite Problem der KPÖ ist, eine ihrer großen Erfolgsmaßnahmen ist recht schwer auf die Bundesebene übertragbar. Die beiden Spitzenkandidaten können nicht überall direkt vor Ort sein, den Leuten zuhören, mit ihnen reden und nicht für jede Person Sozialberatungsstunden anbieten. Das, was die Partei besonders in Graz und Salzburg so stark und nahbar gemacht hat, ist auf Bundesebene logistisch kaum machbar. Trotzdem kann sich die KPÖ Hoffnung machen, im Herbst auch ins österreichische Parlament einzuziehen. Umfragen sehen die Partei aktuell zwischen 4 und 5 Prozent, Tendenz steigend. In Österreich gibt es eine 4-Prozent-Hürde. Ein Einzug ist also aktuell nicht undenkbar. Fazit für eine radikale Veränderung des ökonomischen und politischen Systems in Österreich oder eine neue Weltordnung haben die Menschen bislang wohl eher nicht ihr Kreuz bei der KPÖ gemacht. Die KPÖ konnte in den letzten Jahren so sehr aufsteigen, weil sie einfach die Basics richtig macht. Menschen nahe, lösungsorientierte Politik, die die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler ernst nimmt und deren Hilfe sie auch sehr schnell erreicht. Außerdem macht sie auf lokaler Ebene eher soziale, pragmatische als linksradikale Politik. Auch gegen rechte, populistische Strömung kann das theoretisch ein Mittel sein, aber das muss man auf Bundesebene erst einmal umsetzen können. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren, was er sich unter linksradikaler Politik versteht. Er scheint sich ja anscheinend nicht vorstellen zu können, dass es möglich ist, linksradikale, soziale und pragmatische Politik zusammenzubringen. Lass uns alle gemeinsam ihn eines Besseren belehren, um etwas Positiv in mir rauszugehen. Also du hast es ja gerade kurz geschrieben. Ich nenne dich jetzt einfach Young. Dein Name war schon mal, dass ich einfach Young genannt habe. Ich weiß es noch, dass das schon mal passiert ist. Dass du Ösi bist, dass die KPÖ stabil marxistisch ist. Und weil es lokale Politik macht. Also ich kann das halt zu wenig beurteilen, letztendlich der Wertung. Aber mein Tipp ist, dass sie sind halt einfach, was sie halt konkret machen, ist Sozialdemokratie. Das ist ja auch ganz oft von anderen immer wieder gefallen. Ja, die KPÖ ist eigentlich die richtige SPÖ. Und es wird auch so sein, dass diese Partei weiterhin einen relevanten, linksradikalen Flügel oder so was mindestens hat. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser sonderlich lange aufrechterhalten bleibt. Sondern das wird einfach mit diesen Wahlerfolgen, wird sich diese Sozialdemokratisierung höchstwahrscheinlich auch in deren grundsätzlichen Inhalten widerspiegeln dann irgendwann. Also man kann es vielleicht auch, glaube ich, so bei diesen ganzen Parteien sagen, solange es keine radikale Gewerkschaftsbewegung gibt, wodurch die ein tatsächlich anderes Mittel von gesellschaftlicher Transformation haben, sehe ich auch gar nicht die Möglichkeit von einer tatsächlich radikalen kommunistischen Partei, die parlamentarische Erfolge erzielt. Weil ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich auch heutzutage nur noch gekoppelt an eine radikale Gewerkschaftsbewegung. Und ich muss auch sagen, ich bin auch auf der einen Seite ein bisschen verwirrt, aber ich kann es mir gleichzeitig auch erklären, warum die KPÖ halt so in den Himmel gejubelt wird. Weil, also erklären tue ich es mir damit, dass halt einfach radikal linke Politik so bedeutungslos ist und dass das halt quasi auch wieder so den Anschein gibt, dass halt, ja, was aus der radikalen Linken erwachsen ist, was halt wieder gesellschaftliche Relevanz erfährt in unserer Region. Aber gleichzeitig, so Leute, also wirklich jetzt mal, das ist halt jedoch trotzdem eine Politik von oben, die da dann halt passiert. Also wo halt eine Stellvertreterpolitik halt gemacht wird, selbst wenn das halt keine komplett abgehobenen Bonzen sind und auch wenn das halt eine gewisse aktive Basis ist. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen und das wurde auch in dem Video nicht dargestellt und ich kann mich auch gerne eines Besseren belehren lassen, aber dass halt diese Partei jetzt halt da die Massen anstiftet, in Selbstorganisationen sich halt zu helfen und für ihre Interessen einzustehen, sondern die bekommen dann halt eben primär einen sozialdemokratischen Service, wodurch sie halt an diese Partei halt gebunden werden und wodurch sie das halt gut finden. Und das war's. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Ich meine, Selbstorganisierung gibt es immer an der Basis von diesen Strukturen, weil niemand von diesen Parteien hat die finanziellen Möglichkeiten, das von oben bis unten autoritär durchzuorganisieren und warum auch Selbstorganisationen an der Basis akzeptieren alle staatlichen Strukturen, die leben davon. Das ist ja einfach Arbeit, die denen abgenommen wird. Die stellen die Ressourcen bereit. Die stellen vielleicht irgendwelche fähigen angestellten Leute bereit. Aber ich glaube, das, was man trotzdem positiv daraus ziehen muss in so einer Begeisterung von der radikalen Linke, wie bei so vielen anderen Sachen, wo wir auch immer davorstehen und sagen, Leute, das ist doch eigentlich eine selbstverständliche Sache, dass man so handeln sollte. Ich meine, wir werden ja jeden Tag eigentlich eines Besseren belehrt, dass die radikale Linke nicht mal diese, wie er es auch tatsächlich sagt, sozialdemokratischen Basics hinbekommt, sondern wirklich eigentlich jede zweite oder eigentlich fast jede politische Handlung der radikalen Linken Schuss in den Ofen ist. Da muss man dann auch sagen, ist es schön, wenn die Leute das sehen und wenn der Verstand dafür ausreicht, dass man sich sagt, ey, da passiert irgendwas, das funktioniert, das ist eine gute Sache. Da kann man ja auch sagen, ja, das sind alles eigentlich Sachen, die man auch für sich vielleicht als einen Anreiz nehmen kann, diese Themen mehr zu bespielen, solche Sachen eher einzurichten, als irgendwie Prisoner's Writing Café, linksradikale Diskussionen über Antisemitismus in der KPD 1922 oder so, sondern wirklich mehr massennahe Sachen zu machen, mehr wirklich versuchen, soziale Themen anzusprechen. Und dann kann man von da aus natürlich dann auch diese Problematik aufmachen, die ich gerade angesprochen hatte, mit einfach, warum funktioniert das denn nicht, dass wir, wenn wir solche Sachen machen, häufig auch ein politisches Gegengewicht zu so einer Partei aufbauen. Und was können wir eigentlich den Leuten dann, wie du es auch schon gesagt hast, mit selbstorganisierter Politik geben, die vielleicht dann bei der KPEÖ auch wieder zu der gleichen Flaute führt, in die so sozialdemokratische Politik und in die auch diese ganzen linkspopulistischen Versuche notwendig immer reinkommen, wenn sie, sagen wir mal, jetzt die 5%-Hürde auf Bundesebene übertreten haben. Ja, insofern verstehe ich das auch von dem, was jetzt Joshua sagt, mit, was du auch meinst, Mats, dass es dann halt irgendwie so eine Hoffnung auf Diskursverschiebung, gerade gegenüber der FPÖ und was weiß ich, macht. Und dass es auch eine gewisse Inspiration halt ist, so dass halt diese sozialen Themen dann halt von links halt wirklich funktionieren und man dann halt die Leute halt wieder erreicht und so. Das verstehe ich ja alles. Nur, so der organisierte Anarchismus in Österreich und das kam ja auch so ein bisschen als Kritik, wo wir jetzt halt so auch Aufbaubemühungen von uns halt unterstützt wurden in Österreich, die von Österreicher Genossen selber fokussiert wurden, dass wir dann halt gesagt haben, ja, der organisierte Anarchismus in Österreich ist so schwach. Aber es ist ja einfach eine Realität. Also wir sind schon nicht gut aufgestellt im Vergleich, wo wir eigentlich stehen müssten. Aber in Österreich ist es halt eine Vollkatastrophe. Es gibt halt fast keine Strukturen. Und wenn jetzt halt die Realität dann wieder ist, dass halt viele radikale Kräfte einfach sich die KPÖ angucken, da dann halt irgendwie erfreut drauf sind, vielleicht dann da sogar mitmachen etc. pp. und dann die anarchistische Aufbauarbeit, wenn man halt für eine soziale Revolution wieder verloren geht. Klar, das finde ich dann halt nicht geil. Und das muss halt dann beides einhergehen. Man muss jetzt halt eher sagen, ja, dann schafft das doch jetzt wieder halt vielleicht auch ein paar Freiräume für einen revolutionären Aufbau. Und das ist halt offensichtlich kein Prozess, der halt zur Revolution führen wird. Da sind wir uns ja hoffentlich einig. Und da muss halt diese Lücke auch gefüllt werden jetzt. und diese Atempause, die halt dann vielleicht durch eine Verschleppung von so einem FPÖ erfolgt, dann halt dadurch vielleicht im besten Falle auch gelingt, dann halt genutzt werden, um unsere revolutionären Strukturen besser aufzustellen. Hoffen wir es. Liegt jetzt an euch. Österreicher. Ja, und an uns. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch zur KPÖ kommt. Das ist ja auch generell so ein Thema. Ich meine, wir haben ja auch schon über natürlich Parlamentarismus gesprochen, aber wir werden uns auf jeden Fall auch noch mal intensiver mit diesem ganzen Phänomen Sozialdemokratie auseinandersetzen. Aber das sei auf jeden Fall schon mal dazu gesagt, das wird dann auch noch mal, wie wir es vielleicht mit Faschismus in der AfD hatten, natürlich dann auch ein umfangreicheres Projekt. Aber da bin ich eigentlich sehr guter Dinge, dass wir dieses Jahr auch noch mal dazu sprechen werden. Ich meine, das ist ja auch eine erste Einschätzung von uns gewesen. Man hört das ja auch, denke ich, so ein bisschen raus, dass es halt auch für uns eine frische Beschäftigung mit der KPÖ ist. Und das ist halt nicht das letzte Wort. Wir lassen uns immer auch von Sachen halt anders überzeugen, wenn sie dann doch anders kommen. Aber als erste Einschätzung finde ich das, denke ich, sinnvoll, da eine differenzierte Position einzunehmen. Und ja, das Ganze halt nicht zu overhypen, aber jetzt auch nicht zu sagen, das ist halt irgendwie Dreck. Ja, ich denke, die KPÖ wird sich sicherlich auch bei uns noch mal in den Überblick verlieren. Sicherlich. In dem Sinne. Wir sehen uns in dem Format in zwei Wochen wieder. Aber ihr hört uns dann auch diesen Sonntag und seht uns auch schon am Mittwoch wieder. Ja, Mann, das ist auch ja das, was wir sagen wollten. Und ich hoffe, das nehmen wir auch dann alle zusammen, auch aus der Beschäftigung mit der KPÖ mit. Und auch von mir dann in dem Sinne, Glück auf und auf bald. Glück auf. Jetzt bekommt ihr noch mal den Überblick-Abschiedsbildschirm. Ja. Ja.